moin leute und herzlich willkommen zu einem mehr oder weniger info video und zwar habe ich jetzt mario kart 7 seit langem wieder ich hatte es zwar mal aber ich habe es irgendwie keine ahnung irgendwie einfach weg ich habe ihm irgendwo verloren ich weiß es ist selber nicht wie es dazu kommen könnte aber naja wenigstens habe ich es jetzt wieder und kann endlich eine community machen und zwar werde ich euch zeigen wie er mich finden könnt und zwar geht ihr auf community ist und dann naja ich muss mir halt erst mal einer machen da können die live dabei sein wie ich eine community mache und zwar damit die ganz einfach alles natürlich grand prix 150 natürlich man kann leider nicht den starry ausstellen deswegen wird man einfach alle items benutzen man kann halt natürlich noch einstellen auf dass es nur panzer gibt oder nur bananen pilze oder nur bob oms oder überhaupt keine items wie gesagt man kann leider nicht ausschalten dass der starry panzer nicht vorkommt aber na egal wir werden einfach alle items benutzen modus 150 ccm und alle items werden wir benutzen ok und eine beschreibung ja ja das könnte man rein schreiben ich gebe jetzt einfach hier youtube ein ich glaube man kann das aber nicht ändern glaube ich zumindest egal ich gebe da einfach das einmal und jo die community wird anhand der oben aufgeführten einstellungen erstellt diese können später nicht mehr geändert werden möchte sofort fahren ach ja das muss einfach so deine community wurde erstellt und dies ist der code den ihr eingeben müsst 57 32 49 41 61 98 98 98 28 gibt ihn ein und wenn ihr bock habt könnt ihr gegen mich fahren dann würde ich sorgen was das für heute wir sehen uns wieder bis zum nächsten mal euer alice 4 23 01 bis nächstes mal haut rein ciao